Ja, wie ihr sehen könnt, hier ist mein Cocknut & Shiny. Es ist gerade 10 vor 12, also, naja, ziemlich spät. Und joa, ich kam ganz überraschend. Ich hab heute angefangen, hab 3 Boxen mit Eier vollgemacht und ja, ausgebrütet und ja, 37 Eier waren es nur. 37. Bisher mein schnellstes Schein jetzt gekommen ist. 37 Eier, also, sehr schnell. Ja, Cocknut & Shiny. Bis dann, ciao.